Deutsch lernen durch Hören Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. In Deutschland benutzt man das Sprichwort, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte sehr oft. Es heißt, dass es einen Streit zwischen zwei Personen gibt und ein Dritter dadurch profitiert. So könnt ihr das Sprichwort benutzen. Lukas, Thomas und Alexander gehen heute in die Disco. Tina ist auch dort. Sie ist genauso alt wie die drei Jungs und sieht sehr gut aus. Alle drei Jungs wünschen sich, dass sie ihre Freundin wäre. Lukas will zu Tina gehen und sie auf ein Date einladen. Aber als er sie fragen möchte, kommt plötzlich Thomas und hält ihn auf. Die beiden streiten sich, wer mit Tina ausgehen darf. Tina ist das alles zu blöd. Sie verabschiedet sich und geht rüber zu Alexander. Möchtest du vielleicht morgen einen Kaffee mit mir trinken? fragt sie ihn. Alexander nickt. Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte, denkt er sich. Deutsch lernen durch Hören Deutsch lernen durch Hören Deutsch lernen durch Hören Untertitelung des ZDF, 2020